Wenn wir beide auf die Straße treten würden und würden fragen, wie heißen die Bauministerin oder die Bildungsministerin, da gucken wir in tote Augen. Das wissen 99,8 Prozent der Deutschen nicht. Und davon haben wir in diesem Kabinett relativ viele Leute. Also natürlich die Partei, die verlässlich Comedy Gold liefert, das sind natürlich schon die Grünen. Da findet man eben alles so in Rheingultur. Also wenn einem gar nichts mehr als Gegenargument einfällt, dann kommt ja immer Boomer. Ich bin gerne Boomer, ehrlich gesagt. Ich bin froh auch, dass wir Boomer in der Mehrheit sind und nicht ihr von der grünen Jugend. Willkommen zu Schülerfragen, was ist? Mein heutiger Gast ist ein Meister des feinsinnig pointierten Humors. Er schreibt Kolumnen im Fokus und geht auch sonst keinem Streit aus dem Weg. Herzlich willkommen, Jan Fleischauer. Danke für die Einladung. Sie sind ausweislich eines Buchtitels unter Linken aufgewachsen. Was ist denn eigentlich, ich habe extra die rote Farbe hier bei meiner Krawatte nochmal aufgegriffen. Was ist denn da schiefgelaufen, dass es Ihren Eltern nicht gelungen ist, ihnen die linke Sozialisierung weiterzugeben? Na gut, die haben ja alles versucht. Also meine Mutter ist ja gläubige Sozialdemokratin gewesen, wegen Willy Brandt in die SPD eingetreten. Und ich habe sozusagen das Juso-Mitgliederbuch, das hatte ich schon in der Wiege liegen natürlich. Das ist ja manchmal so, dass man sich anders entwickelt, als seine Eltern sich das möglicherweise vorgestellt haben. Dann hat es ja auch ein bisschen gedauert, bis ich damit an die Öffentlichkeit getreten bin. Letztlich mit meinem Buch dann unter Linken. Aber ich glaube, mir war das einfach unter den ganzen Linken und war zu langweilig. Das Juso-Parteibuch haben Sie also zurückgewiesen gewissermaßen. Ja gut, das Erbe ausgeschlagen. Ja, das war so, als ich dann sozusagen mal politisch mich zu interessieren begann, mit 15, 16. Und da sucht man ja in der Regel Streit mit seinen Eltern. Und da war ja die Frage, was ist die Alternative? Und die CDU kam natürlich gar nicht in Frage. Das ist völlig indiskutabel. Oder gar die FDP, da wäre mir die Hand abgefallen. Aber die Grünen, die waren, also ich war dann bei den Grünen sehr aktiv, also jedenfalls mit dem Herzen. Und das hat natürlich, das hat hohes Konfliktpotenzial gehabt im Streit mit meiner Mutter. Ja gut, das ist halt die älteste Partei Deutschlands gegen so eine junge Sponti-Gruppe. Obwohl eigentlich vom Geister her ist es gar nicht so viel anders. Na doch, ich glaube schon. Also ich habe mich ja auch in meinen Texten und in meinen Kolumnen gar nicht so viel über die Sozialdemokraten lustig gemacht. Weil die eigentlich auch nicht so viel hergeben. Also natürlich die Partei, die verlässlich Comedy-Gold-Lifter liefert, das sind natürlich schon die Grünen. Da findet man eben alles so in Rheinkultur. Auch diesen ganzen linken Irrsinn. Der Sozialdemokrat ist im Prinzip zu vernünftig. Außer natürlich, sagen wir mal, diese Jungtruppen, die da mal in den Jusos rumspringen. Aber selbst die, es gibt halt auch noch, das ist wahrscheinlich die einzige Partei ja von den Großparteien, die auch noch eine wirkliche Vorstellung der Arbeitswelt hat. Und das merkt man einfach. Aber das blendet sich langsam aus, hat man den Eindruck. Ja, kann sein. Also es ist natürlich so, wenn man, das ist ja überhaupt ein Problem, dass die Parteitage und die Zusammensetzung der Delegierten auf dem Parteitag immer weniger zu tun haben mit der Anhängerschaft. Und dass halt Themen von Parteien, auch großen Parteien, dann betrachtet und behandelt werden, die völlig an dem vorbeigehen, was die Wähler interessiert. Sie haben aber nicht gerade gestanden, dass Sie eigentlich ein Ex-Grüner sind. Das steht doch bei mir, nein, nein, das steht sogar bei Wikipedia, steht doch drin, dass ich jahrelang die Grünen gewählt habe. Also ich war nie Mitglied einer Partei, da ich mich ja relativ früh für den Journalismus interessiert habe, also direkt nach dem Studium. Und ich immer fand, dass das nicht gut ist. Also dass man als Journalist kein Parteibuch haben sollte. Also ich habe nie darüber meine Leser in Unklam gelassen, für wen ich bin oder was ich wähle. Aber das ist ein Unterschied normal, ob man sagt, also ich habe zum Beispiel beim letzten Mal meinetwegen dann die FDP gewählt oder man hat ein FDP-Parteibuch. Weil ich ein Parteibuch, das ist wie mit der Kirche, das führt zu anderen Loyalitätspflichten und die wollte ich nicht. Und sei es, man kompensiert es über und versucht dann besonders stark den Verdacht zu widerlegen, dass man da irgendwas mit zu tun hat. Eine so eine Standardfrage, die man eigentlich Kolumnisten immer stellt, ist, ist die Ampel nicht eigentlich ein Glücksfall für Kolumnisten? Und ich habe mir dann bloß überlegt, eigentlich waren bisher alle Regierungen fast Glücksfälle für die politischen Begleiter. Es war kaum jemand, der nicht Anstoß erlebt hat. Na gut, also Annalena Baerbock ist natürlich unter Robert Habeck, also vor allem auch im Wahlkampf, das ist natürlich ein besonderes Glücksmoment für jemanden wie mich. Also wir erinnern uns nochmal, diese ganze, allein diese Buchgeschichte, ich weiß nicht, da hat sie mir natürlich den ganzen Sommer mit gerettet, Frau Baerbock. Das Problem eher der Ampel ist, dass es tatsächlich relativ wenig Leute gibt, mit denen die Leute, also meine Leser oder das breitere Publikum, was anfangen kann. Also wenn wir beide auf die Straße treten würden und würden fragen, wie heißen die Bauministerin oder die Bildungsministerin, da gucken wir in tote Augen. Also das wissen 99,8 Prozent der Deutschen nicht. Und davon haben wir in diesem Kabinett relativ viele Leute. Und das ist natürlich schön, ein Kabinett zu haben mit Leuten, die polarisieren, wo die Menschen eine Meinung zu haben, auch ein Gefühl. Da sind wir schon beim Thema. Wir haben ja ein paar Bilder von heute ausgesucht. Die Ampel an einer Ampel, Hammer, 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 Wortspiel. Habt ihr toll gemacht. Gut, Gelb haben sie nicht hinbekommen. Aber wir können mal reingucken, wie solche Fotos zustande kommen. Man geht dann vom Kanzleramt kommend über die Brücke in Berlin-Mitte zur Bundespressekonferenz. Und die Fotografen sind dann auch schon da und kann sich dann so aufstellen, dass das alles so richtig wirkt. Also Bilder können sie, das muss man sagen. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt bei den vorhergehenden Regierungen so ganz anders war. Aber ja, war ein ganz schönes Bild, so ein bisschen dynamisch und so. Aber ich meine, ja, Bilder, nur Leute sind ja nicht blöd. Also man kann ja nicht sich jetzt wochenlang streiten wie die Kesselflicker und dann kommt man raus und sagt, ja, alles super. Also wir sind so eine familiäre Truppe und so. Das glaubt auch kein Mensch. Nur als kleines Detail würde ich noch darauf hinweisen wollen, wir gehen natürlich klimafreundlich zu Fuß, dass die Limousinen hinten nachgezogen werden. Wo sind die denn? Hier hinten. Da unten, ja, ja. Die kommen dann hinterher. Na gut, aber das machen die ja nicht freiwillig, ne? Das wissen wir, Herr Schula, das ist alles Sicherheitsvorgaben. Ja, ich fahre auch nicht freiwillig mit dem Auto. Ich muss auch, ja. Macht es Ihnen Sorgen, wie die Ampel das Land verändert? Ich habe ja ganz wenig Sorgen. Also ja, ich habe Sorgen, natürlich, also sag mal, wie geht der Kriech in der Ukraine aus? Das kann einem Sorgen machen, ja. Man kann auch Sorgen natürlich prinzipielle haben, wo geht unser Land hin? Wie sieht das mit der industriellen Grundlage und anderen mehr aus? Aber jetzt, also, das unterscheidet mich ja letztlich auch von ganz vielen, die entweder ganz links oder ganz rechts der Mitte unterwegs sind. Das sind ja alles Apokalyptiker. Also links sind sie jetzt alle so, also morgen kommt der Klima tot. Und deswegen dürfen wir auch gar keine Kinder mehr in die Welt setzen. Da gibt es ja jetzt so eine ganze Fraktion, die ja beschlossen hat, also Gebärstreik, weil das kann man den Kindern nicht antun. Und dann ganz schrecklich weinen. Und das finden wir natürlich rechts der Mitte genauso, in dieser AfD-Fraktion, die ja auch alle, dann ist es meinetwegen der messerschwingende Migrant, der uns jetzt alle hinmacht. Aber das ist ein Lebensgefühl, was ich überhaupt nie hatte. Und ich glaube auch in meinen Kolumnen, dass deswegen auch nicht ausströme. Ist allerdings auch nicht ganz neu. Ich kann mich erinnern, dass als der Atom droht, durch die Hochrüstung Anfang der 80er drohte, die Debatte auch schon da war, ob man in diese Welt noch Kinder setzen dürfte. Ich glaube, da gab es sogar Lieder drüber. Als Tschernobyl hochging, gab es die Debatte wieder. Und sie lebt jetzt durch den Umweltschutz wieder. Ja, deswegen, das wird mit Leuten meiner Generation, also der berupten Boomer, ja. Also wenn einem gar nichts mehr als Gegenargument einfällt, dann kommt ja immer Boomer. Ich bin gerne Boomer, ehrlich gesagt. Ich bin froh auch, dass wir Boomer in der Mehrheit sind. Und nicht ihr, ja, von der grünen Jugend. Aber das wird uns ja wirklich immer entgegengehalten. Also wir hätten so viel Kontistrophen überlebt. Und das ist ja so. Also Zauern, Regen, Ozonloch, Waldsterben und eben die berühmte Atomkatastrophe, ja, also ich habe ja auch mitgebetet und geknetet und gefastet gegen den Atomtod, dass wir so ein bisschen abgestumpft sind. Und dieses Mal ist es ernst, sagen Sie. Das ist nur schade, dass wir da jetzt dabei sein müssen. Nun gibt es aber viele Leute, ausweislich der hohen Zahlen für die AfD, die meinen, dass das irgendwie grundsätzlich in die falsche Richtung geht. Und wenn man den Eindruck hat, dass die bei der Union nicht mehr Halt machen, wenn sie eine Alternative suchen, sondern sagen, das ist alles eine Mischproke, gehen wir gleich ganz an den Rand, dann ist es ja eigentlich nicht beruhigend. Nein, ich teile diese Analyse dezidiert nicht. Also es ist ja so im Augenblick, dass gesagt wird, ja, ja, also entweder gibt es einen Streit, sind die Grünen schuld, die jetzt also den Menschen jeden Tag, die jetzt piesacken mit irgendwelchen Heizgesetzen oder irgendwelchen neuen Selbstbestimmungsgesetzen. Oder es ist die zu weiche CDU, die, wie Sie sagen, jetzt sozusagen keinen Haltestopp da richtig aufbaut. Im Zweifel auch noch möglicherweise deren Talk, heißt es ja immer, spricht, glaube ich, alles nicht. Die Leute, die sich entschließen, AfD zu wählen oder jedenfalls in den Umfragen im Augenblick, ihre Sympathie bekunden für die AfD, reagieren etwas auf etwas, was die AfD neben der Linkspartei einzigartig macht. Die haben etwas im Programm, was keine andere Volkspartei hat und das ist die Liebe zu Putin. Und das kann die CDU auch nicht im Programm haben. Und ich glaube, das ist im Augenblick der Haupt-Selling-Point. Das ist auch das Hauptthema auf allen Marktplätzen, wenn Sie über AfD reden, hören, zuhören. Dieses, was sind wir eigentlich, das ist nicht unser Krieg, was sind wir überhaupt in der Ukraine, wollt ihr den nächsten Atomkrieg provozieren, so. Und dieses Milieu hat zwei Möglichkeiten, entweder die AfD oder nahtlos gleiches Programm bei der Linkspartei. Ich glaube also tatsächlich, dass die Putin-Gefolgschaft der Kern des Aufschwungs ist. Das sieht man auch daran, das können Sie daran erkennen, dass wenn Sie in diesem AfD-Leitmilieu, wie zum Beispiel Tichys Einblicke, die natürlich davon stark profitiert haben, anfangen, Texte zu lancieren, die Russland-Kritisch sind. Oder sagen wir mal, dieses NATO-Bashing nicht mitmachen, die NATO sei allen die Schuld. Da gibt es wahnsinnig wütende Reaktionen wie bei keinem anderen Thema. Und die Leute kündigen alle die Gefolgschaft. Gut, dem spricht allerdings entgegen, dass Allensbach seit Jahren in der FAZ einen wachsenden Systemverdruss ausmacht, wo eigentlich das gesamte Parteien-System im Verriss ist. Und die Leute nicht mehr wechseln zwischen Schwarz und Rot, sondern sich entweder ins Nichtwählerlager verabschieden. Und 2016 haben wir gesehen, kommt ein Riesenschwarm aus dem Nichtwählerlager zurück und wählt AfD, um zu strafen. Also insofern ist... Das stimmt, aber das war auch eine andere AfD. Das muss man auch mal sehen. Also die AfD, wenn sie... Also ich habe mir das ja angehört, Höcke reden, im Gegensatz zu vielen, glaube ich, die sich gar nicht die Mühe machen, da nach Halle zu fahren. Oder Weimar. Das ist eine ganz andere Sprache. Das ist auch ein anderer Thema. Das ist auch eine andere AfD. Das ist eine... Also im Grunde ist es eine... Also wie ich sehe, sage ich es, ist eine Nazi-Partei. So, das sagt übrigens Frau Petry, wenn Sie mit der reden heute auch. Kann man sagen, ja, Frau Petry, die will sich rächen. Na, ich glaube, die hat schon ein Gefühl dafür. Die Oberbürste hat das ja auch. Und insofern sind auch diese ganzen immer... Herr Aiwanger, mein Wirtschaftsminister da in Bayern, Hubert Aiwanger, redet in Erding, macht dann so ein paar Sprüche, über die Leute ankommt, zu sagen, ja, ja, das ist AfD-Talk. Nee, nee. Die Leute, die sagen, dass Herr Hubert Aiwanger wie ein AfD-Mann redet, waren noch nie bei einer AfD-Veranstaltung. Das ist eine wunderbare Überleitung, denn das gucken wir uns jetzt mal an, was Aiwanger in Erding gesagt hat. Es wird am Ende heiß sein, in Erding ist der Stein ins Rollen gebracht worden, der dieser Ampel den Boden unter den Füßen wegzieht. Und der Bürger will in der Mehrheit, dass Papa und Mama gibt, dass wir Fleisch essen dürfen, dass wir Auto fahren dürfen, dass wir Holz einhorzen dürfen, dass wir auch mal in Urlaub fahren dürfen. Wir wollen gesunden Menschenverstand. Alles Gute für den Kuh. Untertitel haben wir in der Kürze der Zeit nicht mehr hingestellt. Also es gab so Passagen, da musste ich einen Augenblick, gab es einen Nachlauf im Übersetzungsmodul. Warum jubeln da 10.000 Menschen, wenn so jemand spricht? Also erstens spricht er so, dass ihn diese Leute verstehen. Also Hubert Aiwanger ist Landwirt. Anders als viele Politiker schämt er sich auch nicht, Landwirt zu sein. Und auch so zu reden, dass die Leute ihn verstehen. Also es wird ihm ja immer natürlich vorgehalten, er wird verspottet und veräppelt für seine mundartig stark dialektale Einfärbung, die uns aus dem Norden es schwer macht, ihm jetzt zu folgen. Das ist natürlich ein Signal an seine Zuhörer. Ich bin einer von euch. Und das ist schon mal ein starkes Verkaufsargument in der Politik, wenn Sie den Leuten sagen können, ich schäme mich nicht für euch, sondern ich bin einer von euch. So, und die zweite Stärke von Hubert Aiwanger, und ich habe neulich so eine Sendung bei Focus Online, da hatte ich ihn da im Gespräch für 20 Minuten, und da haben wir darüber gesprochen, das Thema war, wie geht man als Politiker damit um, dass die Süddeutsche und alle anderen ständig den Daumen senken, ja, und sich über sie lustig machen. Das müssen Sie aushalten. Die meisten Politiker, die ich kenne, wollen ja am Ende, dass ihnen die Grenze gepflochten werden, in der linksliberalen Presse, du hast das toll gemacht. Und das ist seine große Stärke, dass er diesen falschen Beifall, wenn man so will, der ihm nämlich gar nichts bringt, bei seinen Wählern gar nicht will. Also er hält es gut aus, wenn die Süddeutsche sich über ihn lustig macht. Und dann kommen solche Auftritte dabei heraus. Also ich habe die Aufregung jetzt über Erding nicht ganz verstanden. Jetzt wird ihm also vorgeworfen, also Erbeer hat doch gesagt, wir holen uns die Demokratie zurück, und das sei also rechtspopulistisch und destruktiv. Also Robert Habeck hat im Wahlkampf in Thüringen, um den Freunden in Thüringen unter diese Arme zu greifen, damals noch berühmt gesagt, jetzt also wählt doch bitte die Grünen, damit Thüringen ein demokratisches Land wird. Das ist genau, also wir bringen die Demokratie zurück. Es ist letztlich der gleiche Gedanke. Hat ihm jetzt bei Fall Habeck ein bisschen Spott eingetragen, aber im Prinzip haben die meisten noch Augenzwinkern gesagt, naja, recht hat er. Bei Aiwanger jetzt Sondersitzung im Bayerischen Parlament. Ich wollte gerade sagen, er soll zurücktreten. Er kommt ja natürlich nicht dazu. Und Ricarda Lang hat gesagt, der Auftritt sei wirklich gefährlich gewesen. Ja, was man bei den Grünen in der Parteizentrale so für gefährlich hält. Ja, es scheint dir schon ernst gewesen zu sein. Was denken Sie über das Phänomen Nichtwähler? In Nordrhein-Westfalen hatten wir ja eine Wahlbeteiligung von 55 Prozent. Das heißt, fast die Hälfte ist zu Hause geblieben, weil ihnen das Gesamtangebot irgendwie nicht gepasst hat. Oder das Wetter war nur gut? Ja, also das ist natürlich auch so ein typischer Topos. Also zu sagen, ja, die Zahl der Nichtwähler ist so groß und so hat das in Weimar auch angefangen. Die Menschen wenden sich vom System ab und so. Man kann es umgekehrt auch sehen als natürlich genauso gut als Zeichen der Stabilität einer Demokratie, dass viele Leute das Gefühl haben, naja, ich muss eigentlich auch nicht wählen, habe Besseres zu tun. Die Sache läuft auch so. Und die, ich bin ja hier über Fragen, was ist, und damit auch sagen, was ist. Die Wahrheit ist natürlich auch eine gewisse Form der Stabilität, verdanken wir natürlich auch dem Umstand, dass am Wahltag ein nicht ganz kleiner Prozentsatz zu müde, zu desinteressiert oder auch zu betrunken ist, um den Weg ins Wahllokal zu schaffen. Da werden jetzt mal die Größenordnungen interessant von den Betrunkenen würden mich jetzt interessieren, aber das ist eine andere Baustelle. Ich meine, man kann es natürlich auf die leichte Schulter nehmen. Andererseits muss man aber auch sagen, dass das Mandat, was dann eine Regierung hat, natürlich nur ein eingeschränktes ist, weil die, die nicht hingegangen sind, werden nicht denken, das ist meine Regierung, an der ich irgendwie einen Anteil habe. dementsprechend ist zwar alles nach den geltenden Regeln abgelaufen, aber die Bindung zwischen den Leuten ist gering. Man hat manchmal den Eindruck, entweder versteht die Politik das Land nicht mehr oder das Land die Politik nicht mehr. Also natürlich, wenn 60 Prozent in den letzten Umfragen sagen, dass sie keiner der großen Parteien zutrauen, die Probleme dieses Landes zu bewältigen, dann ist das keine gute Zahl. Und wenn ich in einer der Parteizentralen wäre, entweder im Adenauerhaus oder im Willy-Brandt-Haus, würde ich mir mal Gedanken machen, wie ich das ändere. Das stimmt. Aber das ist jetzt nicht meine Aufgabe als Journalist, weil das sollen die machen, das muss ich nicht machen. Manchmal hat man den Eindruck, da gibt es so eine Art Arbeitsverweigerung. Bei denen? Ja. Ja, also ich meine, die ist es natürlich schon. Also ich finde, für die SPD ist es natürlich ein beklagenswerter Zustand. Ich meine, sie stellen den Kanzler, ja. Und wo hängen sie im Omic rum? Bei 18, 19 Prozent? Das ist natürlich lächerlich. Man kann auch, wenn man fair ist, dem Scholz keine Untätigkeit vorwerfen. Er macht relativ viele solcher Bürgerdialoge, die Merkel immer nur gemacht hat, wenn Wahlen anstanden. Ja, aber, ja, das stimmt. Nur, ich glaube, im Bürgerdialog entscheidet sich gar nichts. Sondern, also wenn ich so eine Nummer bringe wie dieses Heizungsgesetz, das tief, tief eingreift in jeden Haushalt. Die Leute sind ja nicht blöd, die lesen das. Im ersten Moment, glaube ich, haben die meisten gedacht, das ist ein Scherz, das kommt so nicht. Und dann lesen sie es immer mehr und kriegen mit die meinen das ernst. Also die Idee zu haben, tatsächlich, ab dem 1. Januar 2024 darf keine Öl- und Gasheizung in Deutschland, die kaputt geht, davon reden wir ja, mehr ersetzt werden durch eine neue Öl- und Gasheizung, sondern es muss die Wärmepumpe rein. Und dann reden die Leute mal mit einem Energieberater oder wie ich, mit ihrem Heizungsmonteur und sagen, also, wie sieht es denn aus? Und er sagt, ja, das kannst du machen, das wird dich, da wirst du mit Blick auf die Stromrechnung vorweilen, nicht mehr in den Schlaf finden, weil auch die Wärmepumpe nicht mit Luft in Liebe läuft. Dann kriegen die Leute plötzlich Angst. So. Und da muss ich mal sagen, wenn ein Bundeskanzler die ganze Zeit daneben steht und so tut, als ob das irgendwie eine Privatveranstaltung von Herrn Habegg und Herrn Lindner sei, dass dann die SPD nicht aus dem Knick kommt, das wundere mich nicht. Ja, Scholz hat von Merkel viel gelernt und bei der hat es komischerweise immer auf sie eingezahlt. Weil sie im entscheidenden Moment dann immer gesagt hat, so machen wir es nicht, jetzt machen wir es richtig. Also er hat es zur Hälfte gelernt, aber nicht richtig gelernt. Gut, ein bisschen Leerzeit hat er ja noch. Weiterbildung im Amt. Es gibt einen Klassiker von Frau Göring-Eckardt aus dem Jahr 2015. Da können wir noch mal reinschauen. Und ja, unser Land wird sich ändern und zwar drastisch. Und ich sage euch eins, ich freue mich drauf. Und ja, unser Land wird sich ändern und zwar drastisch. Und ich sage euch eins, ich freue mich drauf. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie den Auftritt sehen? Ja, ich habe die ganze Kolumne dazu geschrieben, weil, das finde ich wahnsinnig komisch. Also, unser Land wird sich drastisch ändern. Ich freue mich drauf. Ich glaube, die Grünen natürlich, wenn die an Migration denken und Einwanderer, da sehen die immer so die Taz-Kolumnistin mit persischem Namen, die dann so super woken Kram von sich gibt. Hänger wie Yagi-Bofacher? Ja, die haben eine ganze Reihe bei der Taz. So. Und natürlich, die da bei der Böll-Stiftung auf jedem Panel dann rumsitzt und erzählen kann, also wie latent oder auch manifest rassistisch unser Land sei. Das ist sozusagen deren Ideal-Migrantin. So. Frau Katrin Köring-Eckert war vermutlich also noch nie in Neukölln. Oder, das war ja, das mein Schildsbeispiel auch nicht, am Kudamm, wo sie eine Form der Migration sehen, sagen wir mal, das sind junge Männer, gut rasiert, gut frisiert, die erkennbar kein Problem mit Autos haben. Im Gegenteil, die da alle, natürlich Mercedes vorfahren, schön hochgetunt und für die das Auto, anders als für Fridays for Future, nicht ein Untergangssymbol ist, sondern im Gegenteil ein Aufstiegsversprechen. Auch ein Symbol natürlich für Männlichkeit, also wo die Maskulinität korrespondiert mit der Schnittigkeit der Silhouette ihrer Sportwagen. Ich sag's mal so, ich hab mir deswegen ja jetzt auch ein Bad stehen lassen, eine Welt, in der ich mich wohlfühle. Hängen Sie auch immer den Arm so aus dem offenen... Ja, neuer Dings, ja, neuer Dings. Ich glaube, ich gehe erst zum Viertwagen. Mit einem fortgeschrittenen Alter kriegt man da leicht Gelenkprobleme, aber gut. Ja, aber es ist eben, das ist ja, also grün jedenfalls, wen diese Einwanderer in Neukölln alle nicht, wenn sie wählen. Interessanterweise gibt's auch wenig Klimaproteste in Neukölln und Kreuzberg. Gut, die haben da ganz... Ja, die gucken natürlich ganz anders auf Deutschland, auch auf unsere Welt. Möglicherweise hört da einfach der Spaß auf, wenn jemand auf der Straße klebt und ich will mit meinem Dreier-BMW da durch. Ja. Ja gut, das ist ja so und so, das war ja so eine Art neuer Klassikampf. Also da sitzen dann Lenachen und Jonas auf der Straße, ne? Bei allen Namen konnte man ja schon sehen, aus welchem Bildungshintergrund die kommen. Die heißen alle Carla. Ja, die heißen alle Carla. Carla gibt's da in so einer raueren Mengen. Und also da hat natürlich der Vater war natürlich entweder war der Psychologie-Professor und die Mutter war freie Künstlerin und so. So ist das ja diese. Oder gleich Millionärin, wie aus dem beim Reemsma-Klam, wo ja gleich zwei Cousinen herkommen, also Luisa Neubauer und Carla Reemsma. Und die mit 19 sozusagen alle schon dann Urlaubsgrüße von Machu Picchu geschickt haben. Die müssen nicht mehr nach Peru, ja? Wie die armen Schweine, die da 30 Jahre lang hinsparen müssen. Das ist sozusagen diese bürgerliche Welt und dann auf der anderen Seite eben die armen Schweine, die anders als sie und ich auch nicht im Homeoffice bleiben können. Das ist ja der neue Angestellte, der auch so einen Verdi-Streik einfach aussitzt. Der bleibt einfach zu Hause. Sondern der noch in den Wagen steigen muss, weil er entweder Kundschaft hat oder irgendwo was sauber machen muss oder irgendwas reparieren muss. Also letztlich the working class. So, und diesen Clash hat man ja gemerkt auch in der Sprache. Es gab ja dann Videos gerade am Anfang, wo so ein Brummifahrer, ich glaube das war bei Bild TV, so ein Brummifahrer also in, sagen wir mal, sehr deutlicher Form zu erkennen gegeben hat, was er von diesen Kindern da auf der Straße, die er auch sofort erkannt hat, als sozusagen ein Klassenfeind, ja, was er von denen hält. Wofür würden Sie sich festkleben? Ach, vielleicht kleben ich es ja so und so, also ich meine, wofür würde ich mich festkleben? Ich war ein gutes Weißbier. Ich hätte so viel Schiss, das, äh, ich hätte so viel, ich hab, ich, also das, ich bin, das muss man sagen, also das, ähm, äh, das ist ja kein einfacher Stunt. Also, da brauchen Sie schon relativ viel Überwindung, also nehmen wir mal alle, wir hätten hier einen Sekundenkleber, also, jeder weiß, wenn er mit dem Sekundenkleber, wenn er was für seine Kinder da fabriziert hat, das ist teuflisch, das Zeug. Also wir schmieren uns jetzt die ganze Handfläche ein, legen die auf den Asphalt und dann, ähm, hoffen wir, dass der Beamte, der jetzt kommt, mit seinem, mit seinem Meißel auch nicht daneben haut. So, also, also da hab ich natürlich schon einen gewissen Respekt vor. Das finde ich schön, dass endlich auch mal jemand die Leistung der Klimakleber, naja, naja, nee, das zeigt, das zeigt, nee, das zeigt, und das natürlich auch, wenn Sie so wollen, hat das eine dunkle Seite, es zeigt, dass es diesen Leuten echt ernst ist. Das ist jetzt, sagen wir, wir machen uns ja darüber lustig, wir haben ja auch im Eingang, ja, und das das hier, der Himmel uns morgen auf den Kopf fällt, da glauben wir nicht dran, und der Atomkopf, ähm, dass jetzt der, ähm, der Klimatod kommt, wir beide glauben da nicht dran. Also deswegen gehen wir etwas heiterer durchs Leben und wir kämen nie auf die Idee, wir fänden das befremdlich, wenn jetzt jemand sagt, er tritt jetzt in den Gebärstreik ein, aber das sind alles überzeugte Leute, super überzeugt, das ist sozusagen wie die, das sind wie die Anhänger Jesu, ja. Was aber auch heißt, da liegt natürlich eine gewisse Gefahr, also ich wäre nicht so leichtsinnig wie unser neuer Verfassungsschutz Präsident zu sagen, dass die waren Demokratieschützer, ja, ähm, sondern ich würde sagen, naja, wenn ihr mal guckt, wie die sich jetzt in, äh, Strafverfahren, die sie jetzt haben, vor Gericht äußern, dann hört ihr Töne, die wir in den 70er Jahren bei der ARF auch gehört haben, nämlich die totale Ablehnung dieses Rechtsstaats, aus deren Sicht ja auch richtig, also es geht alles viel zu langsam und wenn sozusagen es nur noch wenige Jahre gibt, wo wir den Schalter umlegen können, vielleicht ein, zwei und die Regierung erkennbar nichts tut, ist ja für den einen oder anderen möglicherweise die Konsequenz daraus, zu sagen, jetzt müssen wir ganz andere Seiten aufziehen. Das ist, was, das ist die, das ist ja sowohl das Dunkle daran, was die Assoziation der Klima-RAF so ein bisschen aufscheinen lässt, wenn es Leute gibt, die sagen, dieses eine Thema muss jetzt gelöst werden und ich gehe da nicht drüber hinweg, ich nehme das schon ernst, dass denen das möglicherweise so bedrängend erscheint, ich bin nur bei der Wahl der Mittel etwas gelassener und wenn es tatsächlich eine Naturkatastrophe gibt, die so einen brachialen Umkippen des Klimas nach sich zöge, dann sind wir eben notfalls auch machtlos ausgesetzt, wir wären auch dem einen oder anderen Kometen machtlos ausgesetzt. Na gut, die Argumentation geht ja, jetzt könnten wir noch in den nächsten ein, zwei, da streiten sich ja die Experten ein, zwei Jahren den Schalter umlegen, nur, und das ist natürlich auch, wenn Sie so wollen, der düstere Tunnel, in den wir gucken, ich habe jetzt glaube ich letzte Woche gesehen, wie viele neue Atomkraftwerke, wie viele neue Kohlekraftwerke, Atomkraftwerke wäre ja gut, also da hätten wir kein Klimaproblem, wie viele neue Kohlekraftwerke China plant. Ja. Also, das, selbst wenn wir und die Franzosen und die Italiener und alle anderen führenden europäischen Industrienländer, morgen alles ausschalten hier, wir beide sitzen nur im Dunkeln, können wir das nicht kompensieren, was die Chinesen an weiterem und neuem CO2 in die Atmosphäre blasen. Und das ist natürlich eine schon düstere Vorstellung. Und das ist, muss man auch dazu sagen, legal. Also, wer sich die Beschlüsse des Pariser Klimaabkommens anguckt, der sieht, dass die Chinesen genau das dürfen. Sie dürfen bis 2030 in einem Maß CO2-Emissionen zulegen, wie wir sie gar nicht wegsparen können. Ja, das ist, das ist, darauf hat die Bewegung ja auch keine Antwort, im Ernst. Also, es geht ja jetzt immer, da geht es ja immer so, ich habe mit denen ja allen gesprochen, weil mich das ja interessiert. Also, auch mit einer Reihe von Vertretern jetzt von Last Generation. Und da sieht man natürlich, das wissen die ja auch. Also, die kennen sich alle aus, ne, in dem Thema. Und dann geht das so, ja, also, wir müssen halt anfangen und wenn wir das sogar ganz vorbildlich machen, dann guckt der Chinesen mit großen Augen noch zu uns und sagt so, also, das machen wir jetzt auch. Da kann ich nur sagen, ja, im Gegensatz zu mir wart ihr noch nie in China, dann wüsstet ihr, dass die Chinesen alles Mögliche machen, aber nicht mit großen Augen auf das Vorbild Deutschland gucken. Das macht er sich über uns lustig. Ja, ich glaube, das Problem, 1,2 Milliarden Menschen einigermaßen auf Wohlstand zu bringen, ist ein anderes, als bei uns auf der Straße zu lösen. Interessant ist ja, dass es ein Gerichtsverfahren jetzt würdig gab, gegen Klimakleber in Berlin. Da ging es um Nötigung und das wurde abschlägig beschieden. Also, es sei keine Nötigung mit der Begründung des Gerichts. Ein Umsteigen auf den öffentlichen Nahverkehr oder das Einplanen von mehr Zeit sei ja generell möglich gewesen. Und 30 Minuten in einer Blockade zu stehen, hinsichtlich der üblichen Stauzeiten in Berlin, sei ja moderat, berichtet der Tagesspiegel über diesen Richterspruch. Das finde ich bemerkenswert. Ja, ich finde es schade, dass dieser Richter nicht mal mit der, sowohl der Frau gesprochen hat, die im Stau stand und ihr Kind zur Welt brachte, beziehungsweise dem neben ihr sitzenden Ehemann. Also, die hat das sicherlich anders empfunden, sondern als terroristischen Anschlag hat die das empfunden. Ich meine, sie sitzt dort, die Wehen setzen ein, sie kommt nicht voran und die haben sie da mit einem Polizeisondereinsatz noch in letzter Sekunde ins Krankenhaus gebracht. Und ich meine, wir wissen, was für eine große Nummer das ist, Kinder erkriegen. Also vor allem, das erste Kind ist auch für den Mann. Und der kam dann 14 Stunden später dort an. Also, ja, na gut, ich meine, dass das rot-grüne Milieu sich auch tief reingefressen hat, natürlich in die Justiz und die Richterschaft, gerade in Berlin, dann kommt solche Urteile raus. Ja, das ist natürlich interessant. Man denkt immer, Juristerei sei irgendwie so eine neutrale... Nein, nein, nein. Die haben ja auch alle eine politische Überzeugung. Also, insofern kann ich immer verstehen, dass es so eine gewisse Polarisierung gibt, weil natürlich jede Seite die erlebten Dinge des Alltags auf ihr Konto bucht. Und wenn man jetzt sagt, hier, also da gibt es einen Richter, der sagt, ja, ist nicht so schlimm, dann wäre er doch mit der U-Bahn gefahren. Dann gibt es in Leipzig einen Richter, der sagt, ja, Lina E., die da Leute zusammenschlägt, die sie für rechts hält, kann abends nach Hause gehen, ist zwar verurteilt, aber nur ihr Leben... Ja, gut, das soll nochmal ein anderes... Also, da buchen halt die Milieus die Dinge alle auf ihres und da kommt zu dem Schluss, siehst du, Justiz ist ganz auch vergangen. Also, Carla Hinrichs hat ja berät darüber Auskunft gegeben, wie also verstören sie den Einsatz der Polizei und die Hausdurchsuchung fand. Und wenn ich es richtig sehe, stand die auch vor einem Richter schon. Und der hat sich überhaupt nicht einsichtig gezeigt, sondern hat gesagt, ja, das könnt ihr so finden, damit alles auch alles wahnsinnig wichtige Anliegen. Nur, also, diese Art von Straßenprotest geht nicht. Und da war die total baff, das ist also ein Richter, das war glaube ich ein Richter in Nordrhein-Westfalen, der also sagte, ich glaube, da hat er noch diesen lustigen Spruch gebracht, am Sterben tun wir da am Ende alle und so. Und die war völlig von den Socken. Ja gut, aber... Also, alles gibt es, sagen wir mal, wir können uns jetzt beide entsprechende Richturteile raussuchen. Auch in dem Fall natürlich, wenn man ein Bouquet an Urteilen hat, finden wir natürlich diese Indien. Das meine ich, aber das Klientel von Carla Hinrichs und ihn wird sagen, das System steht gegen uns, wir kämpfen gegen das System. Ja. Sehen Sie, dieser Richter. Ja. Und auf der anderen Seite wird man sagen, milde Urteile hier, milde Urteile bei Linksextremisten, sieht man doch. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Beschreibung der Gegenwart, dass beide Lager meinen, dass die Endzeit irgendwie am anderen Horizont heraufträumt. Ja, ich glaube, die meisten Deutschen leben überhaupt nicht in einer Endzeiterwartung. Zum Glück. Das Land ist ja relativ stabil. Das sind natürlich jetzt auch Randphänomene. Ich meine, wie viele Leute sind jetzt bei, wie viele Leute sind bei der letzten Generationen dabei? Das sind bei 100. Ja, aber dann haben wir die Sympathisanten, dann haben wir die Grünen. Ja, wobei der Sympathisanten-Frage, das ist ja eine nicht mehr. Also die grünen Parteispitzigen verstehen überhaupt nicht mehr an deren Seite. Ganz im Gegenteil. Weil sie natürlich auch mitkriegen, dass die, also bis jetzt ins grüne Lager, die Leute das fragwürdige Methoden finden. Ja, hat aber eine Weile gedauert, bis man sich dazu durchgerungen hat. Die Umweltministerin Steffi Lemke, also den einen oder anderen Minister kenne ich schon, also ich habe mir da Mühe gegeben, hat zu Anfang der Legislaturperiode noch gesagt, also ich habe Verständnis für. Dann hat auch Frau Lemke offenbar mal auf die Umfragewerte geguckt und auch die Umfragen in ihrer eigenen Anhängerschaft und hat sich auf mal eines anderen besonnen. Ich würde mir noch ein anderes Thema gerne anschneiden, Kontaktschuld. Mit wem darf man sich eigentlich treffen? Darf man sich mit Leuten, die gesellschaftlich geächtet sind, treffen oder an welcher Stelle beginnt da die Unberührbarkeit? Also das ist natürlich ein bisschen eigenartige Fragen einer Journalisten. Also wir Journalisten, würde ich mal sagen, können erst mal mit jedem treffen. Ich treffe mich auch mit jedem. Das ist ja unser Job. Also wenn ich nur mich mit Leuten treffen würde, die durch den großen Demokratie-TÜV gegangen sind von, weiß ich, Lisa Paus, der Familienministerin und irgendwelche antifeministischen Fragebögen korrekt vorher ausgefüllt haben, dann ist die Zahl derjenigen, mit denen man sich treffen kann, die interessant sind, ja? Relativ klein. So. Jetzt ist immer eine ganz andere, dann ist nochmal die andere Frage, mit Film pflegt man freundschaftlichen Umgang? Ja, zum Beispiel. Das, und da würde ich immer sagen, das muss jeder für sich selbst beantworten. Also, ich war ja mal eingeladen auf einer, beim Freund, auf einer Geburtstagsfeier. Ein bekannter Phytonist? Damals noch, der Matthias Matusek. Der feierte, ich glaube, seinen 60. Geburtstag. Da haben sie mich nicht fest. Und da, und er hatte schon angefangen, ein bisschen mit der AfD zu sympathisieren, aber wie gesagt, auch nochmal eine andere Art von AfD. Da war wahrscheinlich noch Frau Kopitri sogar Parteiporsitzende. Und da, also da war zum Beispiel der Dieter Stein von der Jungen Freiheit und auch irgendwie so ein Identitärer und ich glaube Frau Steinbach und so. Reinhold Beckmann hat Gitarre gespielt. Reinhold Beckmann hat Gitarre gespielt, aber eben auch die ganzen alten Freunde, die waren alle da. Und dann so Matusek-mäßig, weil er auch, weil er eine Woche vorher hatte Giovanni Di Lorenzo, der Chefredakteur der Zeit, auch 60. Geburtstag, und er hat immer so ein Ding laufen, wer ist der Größere. Also hat er gesagt, also ich habe auch ganz wichtige Gäste gehabt, nach die alle ins Netz gestellt, hat die noch so markiert, hier ist übrigens mein Freund Mario, der Identitäre, hier ist Jan Fleischhauer, der berühmte Kolumbist, sodass die Antifa Halle, also gar kein Problem mehr hatte, eins in eins zusammen zu zählen. Und dann hieß sozusagen der Hashtag mit Nazis feiern. Gut. Ich habe mir so angeguckt, das lief dann so langsam so hoch. Und dann, mein ganz spezieller Freund, Jan Böhmermann, hat das dann zum Anlass genommen, also Mails an die Chefredaktion zu schreiben und Briefe. Also, ähm, wie das denn im Spiegel sei, ob man eigentlich vorher in Kenntnis darüber gesetzt worden wäre, auf welche Geburtstagsfeier ich da gehen würde. Habe ich auch gesagt, interessant, also offenbar ist es im ZDF so, wenn ich auf eine Geburtstagsfeier gehe von einem Freund, muss ich erstmal die Gästeliste zur Genehmigung bei Herrn Himmler, dem Unterhaltungschef, vorlegen. Das scheint der Überschuss zu sein. Der heißt wirklich Himmler? Ja, der heißt Himmler, ja. So. Total irre. So, da ist ja, also das ist ja der Punkt erreicht, also wo man sagt, also dein Freund, der hat sich zu weit nach rechts entwickelt, darf man eigentlich auf das Geburtstagsfeier gehen. Und dann würde ich sagen, und darüber habe ich natürlich auch geschrieben, wie ich natürlich über vieles schreibe, was mir sozusagen so begegnet, ähm, das unterscheidet freiheitlich von totalitären Staaten. Also wenn die Öffentlichkeit darüber Auskunft verlangen kann oder irgendwelche Klein-McCarthys beim ZDF, wie Herr Böhmermann, mit wem du feiern warst, dann ist es jedenfalls nicht mehr der demokratische Rechtsstaat, für den wir alle hier kämpfen, sondern es ist eine Gesellschaft, die Sie sehr viel besser kennen, von der anderen Seite als ich. Für mich ist es eigentlich auch ein Stück weit, ähm, der, da haben wir ihn ja, mein Freund, der Kern, äh, der Kern, äh, des Menschseins berührt, wenn ich den anderen nicht mehr als Mensch sehe, sondern nur als das, äh, als was er sich bewegt. Ja, na gut. Es muss ja möglich sein, mit Matosik Umsatz, äh, Umgang zu pflegen. Naja, also ich kann, also ich kann, also das ist ja eine, das ist ja eine private Frage. Ich glaube, dass es einen Moment geben kann, bei einem Freund, wo der sich so entwickelt und Ansichten äußert, wo sie sagen, eigentlich, da ist das Band sehr dünne jetzt. Also es gibt ein sentimentales Band dann ja irgendwie immer, weil man hat viel Zeit miteinander verbracht, zum Beispiel kennt man sich aus dem Kindergarten, aber Matosik, ähm, den kannte ich da schon 30 Jahre, äh, Spiegelzeit, aber wo sie sagen, eigentlich möchte ich mit dem nicht mehr befreundet sein, weil der in einer Art und Weise sich entwickelt hat, oder möglicherweise haben sie sich in einer Art und Weise entwickelt, politisch, wo, ähm, wo das Verständnis aufhört. Das ist aber eine ganz private Frage, das kann man ja, man kann ja Freundschaften beenden. Absolut. Ja. Aber, da sozusagen, das meine ich, das ist, das ist alleine ihnen überlassen und darüber kann niemand anderes erstens Rechenschaft verlangen oder gar verlangen, dass sie diese Freundschaft beenden, oder so, genau das, was Herr Böhmermann, der große Comedian, qua Spiegelchefredaktion versucht hat. Sie haben mal gesagt. Die mich aber übrigens einzig verteidigt hat, ne? Sie haben mal gesagt, Böhmermann wäre Grund genug für die Verweigerung des Rundfunkbeitrags, sagen Sie eigentlich? Ich zahle? Den Rundfunkbeitrag? Oder? Ja, sicher, sie wird da sicher irgendwo abgebucht. Ja, klar. Trotz Böhmermann. Ja, also, ähm, gut, Böhmermann ist ja Teil eines größeren Problems des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Wenn es jetzt, also, ich hab nichts, also, der Herr Böhmermann soll da seine Sendung machen. Ähm, aber, das Problem ist ja, dass es keinen Böhmermann auf der anderen Seite gibt. Also, die Antwort des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf Böhmermann ist ein Rechke-Fernsehen, also ein Format, das sich jetzt ein Battle liefert mit Böhmermann, wer von beiden Linker ist. Und da muss ich mal irgendwann auch sagen, also, Leute, habt ihr mal eigentlich mal den Rundfunkstaatsvertrag geguckt? Da steht drin, dass ihr überparteilich sein sollt und unabhängig. Und das kann man jetzt nicht von der Satiresendung verlangen, dass ihr überparteilich ist. Aber man kann Überparteilichkeit schon dadurch herstellen, dass man zum Beispiel nicht sieben Politformate, Politmagazine hat, die alle knalllinks sind, sondern vielleicht mal eines zumindest auf der anderen Seite. Das gab's ja früher auch. Also, zum Beispiel, ZDF, ähm, Frontal hieß das, glaube ich. Ja, aber mit Kienzle und Hauser. Die haben das immer versucht, ähm, ähm, so ein Gegengewicht zu machen, haben sich das auch äh, äh, gegennatürlich, also, die haben sich immer, Panorama war immer knalllinks. Mein Vater war in der Presse-Sprecher, also, ich kenne die Welt, ich bin da ja aufgewachsen. Ähm, aber es gab immer auch was anderes. Und das ist vorbei. Und das ist ein Problem. Und darauf reagieren die Leute auch. Der wäre nämlich zunehmend sauer. Das lässt sich allerdings auch schwer mechanisch irgendwie herstellen. Ich hab mal mit einer Kollegin vom Deutschlandfunk gesprochen, die sagte, ja, sie hätten auch bemerkt, dass die Kommentarstrecke nach 19 Uhr, dass sie nur linke Kommentatoren hätten. Ja. Wenn man das schon selbst merkt, scheint was dran zu sein. Und sie hatten überlegt, ob sie dann einen Konservativen damit aufnehmen. Haben dann keinen gefunden und haben es dann auch gelassen. Da halte ich total vorgeschoben, das Argument. Also, es ist doch gar nicht, also. Aber, aber. Es gibt, also, in einer Senderfamilie, die so groß ist, gibt es doch auch Leute, die die Welt anders sehen. Ich meine, ihr habt doch hier auch lauter Leute, die die Welt anders sehen. Die zum Teil ja sogar für den öffentlich-rechtlichsten Rundfunk gearbeitet haben, ne? Absolut. Absolut. Wobei in der Selbstwahrnehmung Böhmermanns ja offensichtlich, sagen wir mal, Dieter Nuhr der Counterpart ist. Gut, Dieter Nuhr stimmt ja auch. Dieter Nuhr muss man, das ist wahr, also Dieter Nuhr ist erkennbar jetzt nicht grün. Und der wird auch immer ins Felde geführt. Obwohl Gründungsmitglied der Grünen? Ja, das kann ja mal vorkommen, dass man, wie gesagt, ich habe auch mal grün gewählt und bin jetzt erkennbar nicht mehr grün. Ja, nur. Nur. Aber eben nur ist dann, sagen wir mal, der steht auch alleine um Weiterflüge. Ja, bezeichnet war nur, dass die Parodie, die Böhmermann auf nur gemacht hat, am Ende mit Schreien einer seltsamen Band endete, Nazi, Schwein, Nazi. Also, der offensichtlich nimmt Böhmermann seinen Counterpart nicht als irgendwie daseinsberechtigte, andere Meinung war, sondern als etwas, was man aggressiv-kämpferisch beseitigen muss. Ja gut, das ist ja auch, also, das ist ja auch die Veränderung, die mit ihm vorgegangen ist. Also, richtig bekannt geworden oder berühmt ist ja mit diesem Erdogan-Gedicht. Das war ja ein anarchischer Böhmermann. So ein Gedicht würde der heute natürlich nicht mehr machen. Schon, weil das natürlich super inkorrekt ist, über einen Staatenlenker eines anderen Landes so zu reden. Und der neue Böhmermann ist ja Aktivist und will also die Welt in seinem Sinne zum Guten verändern. Und was mich natürlich, das Einzige, was mich halt immer nervt ist, wenn jemand aktivistisch unterwegs ist und dann bei Fehlern ertappt wird und sagt, nee, das war alles Satire, das habe ich alles nicht so ernst gemeint. Das heißt, sich in den Bereich des Uneigentlichen zurückzieht. Das sind natürlich billige Taschenspielertricks. Jetzt verlangt aber der öffentliche Rundfunk gerade auch nochmal einen Nachschlag bei den Gebühren. Ja, wobei, so was kommt denn jetzt? Wie viel kommt jetzt? Ja, also, wenn es nach der Selbstwahrnehmung geht, wollten die gerne 25 Euro im Quartal haben. Ja, aber das macht ja die KEF und die wird das wieder ordentlich runterdämpfen. Wir sind jetzt angekommen bei einem aktuellen Stand von 8,5 Milliarden Euro für den öffentlichen Rundfunk. Finden Sie das angemessen? Nein, natürlich nicht. Also, wir haben den tollsten Rundfunk der Welt. Das ist das tollste Fernsehen, öffentlich-rechtliches System. Das kann man, und zwar gemessen an der Zahl der Zuschauer oder der Bevölkerungsgröße. Die BBC, die übrigens ein, anders als ARD und ZDF, ein auch international durchaus konkurrenzfähiges Programm liefert, kommt mit der Hälfte des Geldes aus. Also immer, wie gesagt, gerechnet auf die Bevölkerungsgröße. Und da muss man sich angucken, wo das Geld hingeht. Es geht also einmal in Pensionszusagen. Da bin ich jetzt mal ganz stille, weil ich habe es erwähnt, mein Vater war beim Nordrhein-Rundfunk. Und ich habe, er ist, glaube ich, vorhin ist er gestorben, vor zwei Jahren. Und beim Aufräumen habe ich gesehen, den letzten Einkommensbescheid oder Rentenbescheid. Und da habe ich gesagt, also à la bonheur. Also das heißt, meine Beruhigung war immer jetzt, dass ein nicht unbeträchtlicher Teil dieser eingesammelten Gebühren über Umwege wieder im Portemonnaie der Familie Fleischauer landet. Dann riesiger Posten, natürlich Verwaltung. Also wenn man entscheidet, dass selbst das kleine Puppelland Bremen seinen eigenen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben muss. Und zwar ja mit allem. Also Intendant und Intendanz und Geschäftsführer und Technik und allem drum und dran. Und Gehaltsbuchhaltung ist natürlich verrückt. Also da können Sie viel sparen. Und das dritte ist, ein riesiger Posten geht in Fernsehrechte für Sportübertragung. Und da komme ich wieder zurück auf den Rundfunkstaatsvertrag, der ja denen Pflichten auferlegt, die wir beide nicht haben. Also die Demokratie zu fördern. Und wenn ich die Demokratie fördern soll, und das ist ja auch der Begründung, warum die Zugriffsrechte haben wie sonst nur das Finanzamt auf ihr Konto, dann frage ich mich natürlich in der Tat schon, warum ein nicht unbeträchtlicher Teil unseres Geldes bei Mafia-Organisationen wieder im Olympischen Komitee und der FIFA landet. So, und da würde ich mal sagen, da habt ihr viele, viele Millionen, die ihr sparen könnt. Absolut. Also ich hätte auch nichts dagegen, wenn ich ein wirklich solides Informationsfernsehen hätte, was ich bezahlen muss, wo ich dann wirklich aus aller Welt verlässliche Informationen bekomme. Und ich bräuchte den Rest nicht. Das wäre eigentlich aus meiner Sicht die Funktion, die so ein Sender haben könnte, weil das tatsächlich Geld kostet und im Privaten nicht immer so dargestellt wird, weil es einfach ein Korrespondentenbüro in Delhi zu unterhalten ist, einfach teuer. Im Ausland sind wir schon. Greta hat neulich erklärt, dass, wir haben das Bild rausgesucht, weil ihr Buch How Dare You heißt. Und das war die How Dare You-Rede bei der Vereinigung. Sie hat gesagt, sie hört jetzt auf mit den Schulstreiks, aber nur, weil sie mit der Schule fertig ist. Das ist aber doch ein nachvollziehbarer Grund, oder? Ja. Es gibt ja so Bummel, wahrscheinlich, also sie wollte nicht Bummelstudent oder Bummelstreikerin sein. Ja. Also sie setzen Hoffnung da rein, dass sie weiter aktiv für das Klima streitet. Also, das hat ja natürlich eine Reihe meiner Leser irritiert, dass, ich will nicht sagen, ein Bewunderer von Thunberg war immer, aber natürlich, als ich die ersten Auftritte sah, und da war ich, glaube ich, sogar einer, da war ich ja noch beim Spiegel einer der Ersten, die das erkannt haben, diese Power sah bei diesem Mädchen. Ich meine, die war damals, glaube ich, 16, 17 und wird also eingeladen. Die war dann erst in Davos gewesen, da hatte sie schon so einen sehr kraftvollen Auftritt hingelegt, und dann ja bei den Vereinten Nationen, und sich meine, da hinzustellen, und das Normale ist ja, also alle wollten ja ein Foto mit ihr haben, ne? Und sie irgendwie vereinnahmen, und sich da hinzustellen, und da sitzt dann Frau Merkel, die mächtigste Frau ja angeblich der Welt, und Obama und wie so weiter, und zu sagen, how dare you? Und den also sozusagen, wie Jesus im Tempel, ja? Geht raus aus meinem Tempel, ja, mit eurem schändlichen Handwerk. Und dachte ich, wow, das ist eine Wiedergängerin. Dann gucken wir mal, wie weit sie es noch bringen würde. Wird letzte Frage, Sie gelten als stockkonservativ. Was, wer hat das gesagt? Eitel und ein bisschen selbstverliebt. Ja gut, das letzte vielleicht. Welches dieser Vorurteile würden Sie gerne abräumen? Also stockkonservativ, das meinte, hat sich mit meinen Texten nicht beschäftigt. Also eitel und selbstverliebt, kann man... Naja gut, das geht ja ein bisschen natürlich wahrscheinlich mit dem Job einher. Was heißt schon selbstverliebt? Also ich beschäftige mich natürlich sehr viel, also ich lebe sehr in meiner eigenen Gedankenwelt, und ich glaube, ein guter Kolumnist, also nach der Kolumne ist ja immer vor der Kolumne, und scannen sozusagen ständig, was sind gute Themen. Da ist ja auch der Wettbewerb auch hart, ne? Also es ist ja nicht nur damit getan, sich irgendwann mal hinzusetzen, so eine Kolumne aufzuschreiben. So, das heißt also, wenn Sie mal eine Frau fragen würden, die würde schon sagen, ja, also verlangt der Familie einiges ab, ja? Der ist viel abwesend, also im Kopf einfach, wenn man das jetzt selbstverliebt nennen will. Ich glaube, mehr so eben wird so mit mir und meinen Themen beschäftigt, aber also... Und warum wäre stockkonservativ jetzt so schlimm eigentlich? Das gilt doch vielleicht für Sie. Das ist einfach total unzutreffend. Wo ist das an mir denn stockkonservativ? Also, ich meine dafür, dass ich, weil ich nur verheiratet bin, nochmal, also insgesamt fünf Kinder habe, Autos gut finde, so Doppelhaushälfte in Pullach, was, was, das ist konservativ? Ich glaube, das ist schon der Beginn des Kanons für konservativ. Und zum Muttertag Blumenschenke, ja? Ja, ich glaube, da ist nicht mehr viel zu holen. Also, nur, dann, also nach dieser Definition sind ja 70 Prozent der Leute in Deutschland stockkonservativ. Ich glaube, das sind sie auch. Nee, das ist, ich glaube, stockkonservativ ist nochmal was anderes. Ich dachte, also, ich komme ja... Es ist ja eine Zuschreibung. Ich komme ja von der Linken, das habe ich ja, deswegen bin ich ja auch ganz effektiv, weil ich natürlich die Methoden der Linken kenne und sie jetzt gewissermaßen gegen sie anwende. Also, der Konservative singt ja erstmal immer ein Loblied auf, sozusagen, die Werte, die er verteidigen will. Das habe ich nie getan, das finde ich total langweilig. Meine Abteilung war immer Abteilung Attacke. Das heißt, ich sehe da irgendwas bei den anderen, was ich aufspießen kann, und dann gehe ich da voll drauf. Also, irgendwelche Lobliede. Wenn Sie bei mir in der Kolumne, gibt es auch nicht irgendwie am Ende so einen Mitgliedsantrag für irgendwas. Gut, wir werden es weiter beobachten. Haben Sie vielen Dank. Das war Schülerfragen, was ist, mit Jan Fleischhauer. Und wir haben gesprochen über das Kabinett der Unbekannten in der Bundesregierung, seine Bewunderung für Greta Thunberg und die Putin-Liebe der AfD. Haben Sie vielen Dank und hoffentlich bis demnächst. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.